Hohoho liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stelle heute von unseren YouTube bei Mudbox das Weihnachtsmarkt-Equor. Wie ihr alle wisst, wir sind langsam schon im Endspurt Richtung Weihnachten. Wir sind ja schon Mitte, Ende November 2022 und da hat sich der liebe Oma Tana gedacht, dass sie uns ein Gebäudepaket zur Verfügung stellt, was im ersten Jahr einen Weihnachtsmarkt simuliert. Diese schönen Weihnachtsmarktbuden, die man ja so kennt. Mit Holzarbeiten oder halt hier drüben einen leckeren Essstrand mit Bratwurst, Wiener Snacks klein, Pommes oder halt hier schon eine Glühweinbude zu sein, wo man schon Glühwein trinken kann oder halt den Lebkuchenstand. Wer kennt das nicht? Diese Stände dient aber zum Verkauf. Das sind ja eine Verkaufsstände und dieser Mod muss man auch sagen, steht für alle Plattformen zur Verfügung. Zumindest schreibt es so der oder die Mod ab. Also sprich PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können es runterladen und nutzen. Wenn euch unsere Mod war schon gefallen, wisst ihr ja immer ganz gerne einen Däumchen nach oben da lassen. Schreibt derweil in die Kommentare. Aktiviert die Locke, falls es noch nicht getan hat und keine weiteren Mods zu überpassen. Würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Ihr seht, ihr könnt so die Schüsseln hier verkaufen, also könnt ihr die RP machen mit dem Bing hier, euch hier hinstellen und eure Sachen verkaufen. Finde ich persönlich sehr cool. Also hat so ein gewissen, ja, bringt was mit sich. Ja, Texturtechnisch muss ich sagen, sind richtig schöne Holzbuden. Wir können mal eins machen, wir können mal die Zeit auf Nacht stellen und vielleicht auch ganz mal ein bisschen im Licht sehen. Oh, ach, nur geschlossen. Ah, guck mal. Okay. Das wusste ich gar nicht. Also seht ihr mal, hat es doch gelohnt, dass wir es mal gemacht haben. Gucken wir mal, vielleicht in eine spätere Zeit. Vielleicht bei 0 Uhr, da haben wir Leute hier Weihnachtsmerkte noch auf. Ne, hört auch noch zu. Ah, da haben wir es doch so in voller Pracht her. Ne, da seht ihr in Dunkeln leuchten die schön bunt und ihr könnt dann fleißig hier eure Produkte verkaufen. Ich kann euch mal ganz kurz ein bisschen was zu den Fakten und Preisen sagen. Der Lebkuchenstand, das ist der hier außen, ähm, hat vier Slots, äh, benötigt vier Slots und hat Verkaufsprodukte Weizen, Gerste, Hafer, Mehl, Zucker, Rüben, Zucker, Rohr, Zucker, Eier, Wasser, Honig, Rosinen, die Öle, äh, Butter, Schokolade. Der Getränkeverkaufstall ist dieser hier. Äh, kostet 1000 Euro, hat auch vier Slots für die Konsole, ne. Verkaufsprodukte Zucker, Zucker, Rüben, Zucker, Rohr. Ne, Zucker, Rüben, Schnitzel, Zucker, Rohr, ja, Wasser, Weintrauben, Traubensatz, Honig, der Imbiss, das ist dieses gute Teil hier. Äh, wo bin ich denn, wo bin ich denn? Jetzt bin ich gerade auf der Liste verrutscht hier, im Moment. Ähm, Imbiss. Benötigt fünf Slots, kostet auch 1000 Euro. Dort kann man Wasser, Kartoffeln, Sonnenblumen, Kerne, Tomaten, Salat, Brot, Honig, Zucker, Mehl, die Öle, Rosinen, Butter, Eier, Erdbeeren, Traubensaft, Schokolade, Kuchen, Müsse und Käse verkaufen. Wer Holz, äh, Holzspielzeugverkaufstall, 1000 Euro in Anschluss, vier Slots verkauft. Holz, universelle Verkaufstall, also Holz, hier könnt ihr Holz verkaufen. Jetzt gibt es in diesem Pack noch, ich zeige es euch mal eben, äh, Verkaufsstation, hier findet ihr die vier Häuschen, und hier ist noch diese universelle Verkaufsstation. Hier habe ich es aber nicht platziert, weil es ist halt nur dieses eine Fenster da mit den vier Flecken. Ähm, diese universelle Verkaufsstation kostet 100 Euro, bündelt ein Slot, und dort könnt ihr alle Schüttgüter-Produkte verkaufen, Produkte und Flüssigkeiten. Und, ähm, jetzt gibt es noch verschiedene dekorative Sachen. Moment, das zeige ich euch auch mal eben. Uhl, jetzt nehmen wir eine Dekoration, wo es hier jetzt runter ist. Was ist denn da sonstiges? Genau, also hier habt ihr jetzt auch, ne, ohne Verkaufspunkte, also nur der reine. Einmal könnt ihr noch diesen, den Stand hier, könnt ein paar Stehtische platzieren, ein paar Bänke. Wir machen es aber gleich wieder hell, dann seht ihr auch was. Ne? Seht ihr hier, und das sind reine dekorative, ähm, Produkte. Wir machen mal wieder auf 12 Uhr. Ja, möchte ich. Ne, jetzt seht ihr hier die Stehtische. Irgendwann natürlich auch umzufallen hier. So, ne, hier auch die Tische habt ihr auch dann, wie ihr platzieren könnt. Aber sehr, sehr cool, ne. Oder hier mit Unterstand, falls man schneit. Oder in Deutschland schon eher regnet. Aber dann könnt ihr hier wirklich, ähm, euch absolut austoben, was das anbelangt mit dekorativen Sachen, mit, ähm, ähm, Verkaufsprodukten. Wie gesagt, ihr habt viele, viele Möglichkeiten einfach nur, entweder als Dekoration die zu nutzen, oder würde ihr als Verkaufspunkte, ne. Wenn ihr sagt, ne, ihr möchtet auch verkaufen, der Weihnachtsmarkt bietet das ja auch an. Dann nutzt ihr das natürlich, um dann, wie gesagt, meine Sachen loszuwerden. Ja. Und mehr kann ich euch nur, würde ich nicht zu diesem, ja, Verkaufsstand, Deko-Geschichte sagen. Außer, dass wenn es euch gefallen ist, das gerne, gerne. Daumen nach oben, da schreibt gerne was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, falls ihr nicht getan habt, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und wir sind nämlich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns am nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao. Ciao.